Das waren ja nicht so große, das waren so kleine, das finde ich eigentlich richtig arschkalt. Bei Klebeband haben sie körperfest gemacht, also richtig mit Panzertail, so dass sie ständig auf Körpertemperatur waren. Das hat super funktioniert. Ich muss nichts sagen, das habe ich doch sauber gemacht. Der Eintrag steht da. Ja. Fertig los. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.